ja also auf mein weaponswerk muss ich noch eine weile verzichten aber wenigstens ist da schon mal etwas mehr platz so können wir schon traden nein weil mein broker beschäftigt ist dafür ist der pond fast voll was ich wiederum ein bisschen besser finde ja wenn man es so macht dann füllen sie sich zum glück etwas schneller ist ja nicht mehr viel was ich füllen muss denke ich mal da sind nur noch vier felder die gefüllt werden müssen und mein leader füllt immer noch pond mit ja könnt ruhig ein bisschen schneller füllen genug platz zum füllen habe ich euch ja mittlerweile gegeben und füllt immer noch den pond er wurde mittlerweile als doktor kennzeichnet also er hat ihn ja diagnostiziert glaube ich das hat ihn schon zum dock gemacht wieder wollen sich die vier felder nicht füllen ja genau das wasser geht genau dahin wo ich es nicht möchte und es ist sommer ist jetzt mein trader hier nein der tut stockpile records update hoffentlich geht er dann endlich mal war hier matt ja hier ist überall schon matt nur hier nicht hier nicht hier nicht und hier nicht hier drunter ist überall matt und wir haben von unserem leader ein mandat bekommen ein hedgecover ein hedgecover ein hedgecover kriegen wir hin ein hedgecover können wir aus rock machen eins so und wir haben einen geschlachterten jagdbullen und irgendwie bröckelt hier das konglomerat dem pro konglomerat henwall ach so ja gut die dampfen wahrscheinlich vor dem vielen wasser was ich jetzt zurzeit rein kippe aber irgendwie kriegen die es nicht hin deswegen mache ich noch ein paar mehr zonen so 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 pitpont 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 pf 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 habe ich hier irgendwas falsch gemacht und pf so haben mehr zwerge für laufgaben können wir jetzt handeln nein weil du wieder den pond füllst als ob das kein anderer zwerg machen könnte wo ist mein lieder dann gebe ich nehme ich jetzt mal alle aufgaben weg professions labors healthcare other jobs cleaning so ich glaube unter cleaning gefällt das pond füllen nämlich das wasser veralbert mich das fließt immer genau da irgendwo hin aber nicht hierhin und ihr braucht eben die buckets ok da vorne ist eigentlich alles gefüllt also könnte ich könnte ich dies die zonen hier schon mal wieder wegnehmen die bringen mir nichts mehr so und ich müsste hier in die richtung neue zonen machen so ja das ist hier richtige fribel arbeit falls sie es noch nicht gemerkt habt so pitpont so gut und der füllt immer noch den pond mit wenigstens wenigstens jetzt langsam aber sicher fühlt er sich auch in die richtung oder auch nicht kommt was ja sehr schön nur noch wieder das letzte hintere eck kommt wasser komm schon ich verdunsten ist ja alles voll mit blut ja da ist irgendwie blut in den eimern gelandet und die haben es da ausgekippt du mal etwas wieder habe ich dich überhaupt ich habe dich gar nicht wie questet kein wunder na also ok und klopfs habe ich sogar glaube ich was könnte ich mir von euch denn nehmen was toll ist tot pond turtle in der käfig black bier nein black bear bier ja schwarz bier schwarz bier käfig nur ein klopf bin an mehr bin ich zurzeit nicht interessiert jungs sorry klopf und vielleicht noch silk wenn ihr hättet oder leder leder würde ich auch gerne nehmen mal ganz schwarz bier alles wellbeing sixth conclus alltmer das ist wirklich ein bloß bloß böse mos Nope, 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 nope Nein, die haben nur Wobbweed Rallye, Herbs, Redweed brauchen wir alles nicht Quatsches und Splits sowieso nicht Ja, schade, dann ist das alles Haben wir wenigstens etwas mit ihnen getradet Und können unsere Goods wieder zurückholen Wow, hier oben geht es ja jetzt richtig mächtig ab, merke ich gerade Deswegen wird es endlich mal Zeit Ein Squad zu erschaffen Archer Squad fürs Erste Und Leute zuzuweisen Also erstmal brauche ich meinen General Und dann brauche ich Expo, Leute So, Expo 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 Expo, Expo, Expo Und mein letzter Expo So Und Squad ist schon mal voll So Und weil es mir gerade so schön einfällt Etatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat ecke einen lever so und er wird dann mit der unteren brücke verbunden damit ich die schon mal hochziehen kann so new task mit dieser brücke mit zwei mechanismen bitte verbinden dankeschön dann kann ich wenigstens die brücke schon mal sichern also im zweifelsfall hochziehen und bin gesichert so meine ich das so währenddessen gucke ich mal kurz was meine stocks sagen über weapons boos sind egal crossbows habe ich nur fünf stück ist noch nicht sonderlich viel nebenbei du kannst verluft werden und du kannst verluft werden fürs erste hier ist noch immer nicht genug platz wo den platz können wir schnell machen naja bis jetzt brauchen wir noch nicht so viele türen bei meiner neuen bauweise zone 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 x weg 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 ob es das war falsch so weg 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 remove und remove wir haben es geschafft den pot zu füllen building farm plot p das könnte mittlerweile auch mal merken so farm plot bitte einmal einen farm plot hier hinsetzen